Die Erwartungshaltung für den M60 ist natürlich groß. Unsere Kunden sind insgesamt von DORMAKABA als Premium-Anbieter eben auch perfekte Produkte gewohnt. Ich habe das Produkt M60 auch mal als Golf des Schiebetürbeschlags ausgelobt und ich finde, das trifft es einfach. Wir wollten das System auf jeden Fall verbessern. Das Produkt wieder ganz neu justieren und an die Spitze positionieren. Wir wollten die gleiche Art haben, das Produkt hinsichtlich seiner Montageart, seiner Einfachheit verbessern und haben im Grunde genommen mit der gleichen Art Glastklemmung angefangen, um im Grunde genommen bei allen eine Gleichheit in dem System zu erreichen. Fangen wir an mit der Positionierung der DORMOTION-Einheiten. Das ist ein sogenanntes Dämpfungselement. Dass ich nicht mehr einen Träger habe, wo zwei Dämpfer drauf sitzen, sondern dass wir die Dämpfer jetzt in das Laufwerk integriert haben. Bricht diese Dämpfung in die Endpositionen, lassen sich auch sehr kleine Türen realisieren. Man kann also entsprechend den aktuellen Wohnmorttrends eben folgend auch schmalere Durchgangsbreiten ermöglichen. Wir hatten 50 Kilo Tragkraft für das System geplant und haben mit neuen Materialien, mit einer ganz neuen Fertigungstechnologie erreicht, dass wir jetzt eben auch 60 Kilo sicher tragen können. Bei den Schiebetüren ist es also immer so, dass man einen relativ großen Luftspalt hat. Hier ist es uns gelungen, das Ganze auf 14 Millimeter zu reduzieren. Dass dort weniger Luft zirkulieren kann, dass er eine bessere Wärmedämmung hat und der Schalldurchgang ist auch deutlich geringer. Ein Riesenvorteil bei unserem Mutterschiebetürsystem ist, dass die Aushebesicherung nicht mehr eingestellt werden muss. Einmal diese 90 Grad Drehung, die ausreichend ist, um das Ganze zu aktivieren. Dass ich das Laufwerk offen vor mir habe. Man hat den freien Blick drauf, man kommt mit den Werkzeugen optimal dran. Es ist jetzt möglich, VSG-Gläser, also Verbundsicherheitsgläser zu verwenden, da wir jetzt auch die Klebetechnik Clamp & Glue einsetzen können, wie wir bei den anderen Systemen auch haben. Wir bieten auch an eine Montage mit einem Seitenteil. Das heißt, die Tür fährt nicht vor eine Wand, sondern vor ein Glas Seitenteil. Darüber hinaus haben wir auch die Möglichkeit, das ganze System für Holzanwendungen zu realisieren, durch einen einfachen Adapter. Anwendungsbereiche wären jetzt natürlich Eigenheim. Hotellösungen und die dort jetzt in der Lage sind, eben mit dem neuen M60 so etwas auszustellen. Darauf hat der Markt gewartet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017